Musik 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 Müll? Wammel? Was fahren wir da raus? Einfach Müll, nicht da oben oder so? Mhm. Ja. Und zumindest nicht trocken. Dann wären wir auch schon zufrieden. Manchmal ist das ja auch vom Ort schon, wenn man aus dem Ort rauskommt, schon anders. Oh ja. Ja, Müll ist stock, komm. Das ist recht. Na 300 meter rechtsafsnel. Ach, Arnsberg. Ja. 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 Dann sagt sie gleich Kehroben. Ja, nein. Das ist ja nicht schön. Wir können ja da was weiß ich. Oder tun hier. Ja. Hier sieht man den Rest. Ja. Oh, da sind ja gute. Das ist die Brücke die man von Bayern gesehen hat. Ja. Das ist die Brücke die man von Bayern gesehen hat. Nee. Aan het einde van de weg rechtsafsnel. Ja. Doch rechts. Ja, da sehen wir noch ein Stück davon. Da stehen wir noch ein Stück dran und laufen muss jetzt noch. Rechtsafsnel. Nein, das glaube ich. Hier ist die Südmühle. Ist das schön. Ich erinnere mich an das Wort. Das ist so... Ja? Ja, das kenne ich noch. Das ist schon seit Jahren so. Man konnte meist gucken. Das ist jetzt alles zugewachsen. Ja, das ist klar. Man kann ja hier kaum durchgucken. Ja, ein bisschen. Hier wieder eine Stelle. Das ist nur ein Anleger. Eine Rettungsinsel. Das Grunde hier. Da ist eine ganze Brücke da lang. Aber doll regnen tut es nicht, ne? Das ist vielleicht auch manchmal nur ein Schauer. Ja, aber die Luft ist ja hier. Man ist jetzt mehr dicht als vor einer Stunde. Ja, das, ja. Da war noch ein bisschen blau und so zu sehen. Ja. Jetzt habe ich weg. So viel fotografieren kann man ja gar nicht. Nein. Wir haben aber noch nicht ganz genug. Nein. Wir sollen ja noch ein bisschen kurz durchgehen. Ja. Das ist ganz schön groß, der See. Der ist ganz schön groß. Ja. Mann, ne Gaststätte. Also was für Trinken hätten wir hier schon gekriegt noch. Ja. Wenn die uns jetzt nicht reingelassen hätten. Ja, bestimmt. Es gibt genug. Ja. Hier halten wir wieder Autos. Ja. Aber die ganze Strecke ist hier schon so eine, äh... Diese Hecken. Ja. Aber durchgehend hier, ne? Die muss ja auch immer geschnitten werden und alle. Ja, die sieht ja gut aus. Ja. Die sind häufig gemacht. Das sieht man. Ja. Ja. Das sieht schön. Du siehst hier aus, ne? Ja. Ja. Okay, drum. Rechts auf. Rechts auf. Rechts auf. Aber wir sind immer noch am Wasser, ne? Ja. Ja. Wie der zeigt euch. Ja. 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 Ist aber auch schön hier. Wird das schön sein? Dann kann man hier schön laufen. Man kann nicht alles haben. Oh, die Camping. Das wär doch was für Annemarie. Ja. Ich denke, die Campingpads sind hier zu teuer. Das glaube ich auch. Rechts aufstehen! Ach ja. Richtung Dortmund jetzt, ne? Arnsberg wär jetzt, äh, elf Kilometer. Ja, aber Arnsberg ist eine zu große Stadt. Für einen Samstag. Ist so groß? Ja, ist so groß. Das, äh, da kommt man mit Parken und total nichts hin. Aha. Ist ja Samstag, also alles geht einkaufen. Und, äh, das ist sehr unangenehm. Von Willingen, das geht dann noch. Ja. Und Winterberg ist ja auch voll. Das war richtig voll. Ja, das war ja auch Sonnestachschau. Und es wird heute noch viel schlimmer sein. Ja. 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 Da ist die Brücke. Kann sein, dass wir da noch rüber müssen. Ja. Ich weiß nicht. Aber weiß das ja nicht. Ich hoffe ich rufe. Machen Sie ja schon. Nein. Nein. Ich rufe das ja nicht. Journalistische interessiert sich aus. Aber versuchen da immer wieder einen Hainter ADHD ein troop organisiert. Wir sind kühlig noch herrsachen. Aha ja. Wann Töte? Ich rufe da. Boチ thinks, würden wir im Ansatziness therapeutic. Und wenn es nicht mehr Ministerien kommt, Die sehen doch gar nicht von der Natur, wenn die so rasen. Nee, die sind hier auch nicht weggehebt. Na 400 Meter, ga rechtdoor over de Rotonde. Tweede Afslag. Das ist ein großes Touristenboot. Ja. Ga rechtdoor over de Rotonde. Tweede Afslag. Anzberger Straße heißt die hier, ne? Das ist eine Anzberger Straße hier. Schön. 9 5 Saar. 5 7 10 20